Ich bin Beatrice Weber. Ich arbeite für Amex Daniva in Deutschland. Wir sanieren hier schon das zweite Mal in diesem Jahr für die Deutsche Bahn. Ich bin die Projektleitung und heute befinden wir uns hier auf der Bahnstrecke zwischen Rostock und Berlin. Wir sanieren hier die Durchlässe von DN600 bis DN700. Man muss sich das vorstellen, das sind die Stahlrohre, die unter der Gleise verlaufen, die für die Entwässerung der Bahntrasse zuständig sind und hier in dem Fall haben wir eine undichte Schweißnähte. Die werden bei uns mit unseren Innendichtungsmanschetten hier saniert. Da wir uns hier auch in einem sehr kleinen Nennweitenbereich befinden, bei DN600 bis DN700, müssen hier auch extra Punkte eingehalten werden, die für den Arbeitsschutz notwendig sind. Unsere Techniker sind natürlich auch alle trainiert und ausgebildet, um in dieser Art von beengten Räumen zu arbeiten. Der Hauptgrund, warum wir hier zum zweiten Mal für die Deutsche Bahn arbeiten dürfen, ist die extreme Unwegsamkeit, auf der wir uns hier befinden. Das Gelände ist schwer zu erreichen, gerade für eine große Maschinerie und aus dem Grund können wir auch weiterhin mit unseren Produkten und Lösungen und der Flexibilität auch unsere Mitarbeiter hier punkten und uns auch weitere Projekte sichern. So we were saying with the with the plug there's actually zero pressure actually the plugs here, there's no water pushing against the plug if you've got water head up here you have pressure on here but with that there's zero pressure so we won't put Steven in any situation it's just not acceptable you don't do that with your colleagues you don't do it to anybody do you? So this side then Chris will hopefully now let us pump out the water that we stopped from coming through. so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020